Yo yo Leute, welcome back! Ah, da sehe ich auch gleich noch so ein kleines Elektrotom, ey. Boah. Kein Plan. Wie ich das angehen soll. Da ist doch noch dieser Turm, ey. Ah, gut, dass es mir so viel bringt jetzt, ne? Hab ich noch Kabelwerkzeug? Hab ich sogar noch. Kann ich nicht, wenn ich den Turm übernehme... ...bisschen auf den Turm verlassen. Weil komm ich denn? Ich war nicht weit genug. So. Fuck, ey, ich muss da irgendwie hoch. So. Die ist nicht. Gib mir. Ich bin sicher, dass ich von hier irgendwie komme. Komm kann. Guck doch mal ein bisschen, wenn ich gehen kann. Weil ich doch wohl irgendwie da hinkomme. Okay. What the fuck, ey? Okay. So. Boah ey, der Turm, der frustet mich gerade echt ein bisschen. Also, ich weiß doch, guck mal. Irgendwie. Ich fahre jetzt auf diesen Scheiß fucking Turm auf. Ich fahre jetzt auf diesen scheiß fucking Turm auf. Ich bin da trotzdem auf der selben Höhe. Von wo komme ich denn? Ich will die Symptome übernehmen. Es ist mir egal wie lange ich jetzt brauche, ich will die Symptome haben. Da war ja schon mal... Oh, nicht prickelnd jetzt. Ich will die Symptome. Ich will die Symptome. Ich will die Symptome. Warte mal, wenn... Ich muss warten, es ist einer Ding, das da wo ich grad hinziele, bei mir ist. Ich glaube dann, nur dann komme ich da ran. Ansonsten kann ich mir keinen anderen Weg vorstellen. Also... Genau. Das ist mein Headzeitschlag. Das reicht ja nur ganz knapp. Wenn das da hierher zeigt... Ich glaube dann... Dann kann ich das schaffen. Ich bin dann aber auch kaum nicht so sicher. Das andere ist doch viel länger. Dann... Dann... Das ist dein Ding... Das ist... Das ist ein... Das ist... So schon mal nicht Mann, ey, ist doch kacke Soll man denn da hochkommen Das wird so viel So, das ist eine typische Mal weniger. So, versuche ich mal von der Faltung her, genau, Steve. Du kannst es, du kannst es. Oder dass mich der Torb entdeckt, vielleicht von der Seite. Und der sich um. So, ich habe ja Glück, dass sich der Turm ja recht langsam dreht. Also da haben wir auch ein gewisses Zeitfenster und können uns auch verstecken. So ein Scheiß, der hier alles tötet, nützt mir das auch nichts, dass ich den Turm übernehme. Aber gut. Vielleicht ignorieren wir auch einfach den Turm. Was macht hier überhaupt Auswirkungen hier? Guck mal. Guck mal, der hat rausgedrückt. Hier ist die Wand dran. Jetzt kommt so zwei Eingänge her. Oh oh. Wie kann man denn hier jetzt rein? Ich will hier gar nicht rein. Sonnenirgendwas. Bevor ich da jetzt reingehe. Ich will verspeichern. Nochmal schleiche ich mich nicht hier. Wie sich das jetzt gelohnt hat. Ich bin mir ja nicht sicher. Nee, ich glaube nicht. Kommt man hier wieder hoch? Ja. Ach, von hier kommt man auch nicht auf den Turm. Nee, keine Ahnung, wie man den Turm, wie man da reinkommen soll. Das halte ich, das halte ich für unmöglich. Das halte ich für unmöglich. So knapp. Genau, vor allem das waren nur Ratten. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? In der Tat, das glaube ich. Ach. Granate. Ui. Oh, Alter, was hat der Turm für eine Reichweite, ey. Der wäre wirklich vorteilhaft gewesen, aber den kann man ja... Den kann man ja fast nicht einnehmen, ey. Ja, der Typ mit seiner Musikbox. Scheiße. Jetzt hat er mich anzugucken. Ist der jetzt tot? So, von was wird das denn jetzt versorgt hier? Oh Mann, ey. Hörner suchen geht. Oh, ne, der Turm, ne? Geht mir mal so oft die Nüsse. Ja, jetzt beruhig dich mal wieder. Gehen wir mal hier rein. Und doch schließe ich immer was hier irgendwo einfach machen, dann kann er das jetzt ja auch rumzulöfen. Dann bleibt er da noch stehen. Ich lache. So, damit ist der schon mal weg. Ich vertraue jetzt einfach mal auf, das jetzt hier. Oh, die arbeitet jetzt gegen meine Gegner. Gibt zwar nicht mehr daran, dass da jetzt so viele kommen, aber... Trotzdem, schaden kannst du ja nie. Schaden kannst du ja nie. Außen hier. Ach, stimmt, das ist enorm ja gar nicht. Ist dein Gesang. Schade. Nein, boah, eine. Die Erd hast du. Ja, ich hasse sie. Ja, genau. Da kann ich so weit laufen, weil ich spreng mal an. Ja, das ist so weit, wo das hat. Aber ich frage mich. Wir tagen uns auf, wo das so ist,ureliozu. Vielen Dank.